Die besten Geschenke für Vielreisende Ob Sie die Abenteuerlust Ihres Lieblingsreisenden mit praktischen Gadgets für unterwegs unterstützen möchten, oder besondere Erinnerungen an vergangene Reisen schenken möchten, bei uns finden Sie das perfekte Geschenk. Machen Sie jede Reise zu einem unvergesslichen Erlebnis. Du bist ständig unterwegs und suchst nach dem nächsten Abenteuer? Dann hör gut zu! In diesem Video haben wir die coolsten Gadgets und nützlichsten Helferlein zusammengestellt, die jede Reise noch entspannter und unvergesslicher machen. Von praktischen Reisebegleitern bis hin zu ausgefallenen Souvenirs, hier ist für jeden Globetrotter etwas dabei. Wenn man sich im Flugzeug einen Film mit den kostenlosen Ohrhörern der Fluggesellschaft ansieht, verpasst man Dialoge und die Musik ist gedämpft. Mit dem 1MI ML300 können Reisende ihre eigenen Bluetooth-Kopfhörer oder Ohrhörer über eine Standardbuchse an das Audiosystem des Flugzeugs anschließen. Dieses kleine Gerät hat eine solide Akkulaufzeit von 10 Stunden, unterstützt den Bluetooth-Kodec Aptics Low Latency und kann zwei Kopfhörer gleichzeitig koppeln. Wie alle Bluetooth-Sender, die unser Audio-Team getestet hat, kann es zu einer gewissen Tonverzögerung kommen. Obwohl es kein auffälliges Geschenk ist, kann es die Reise ihres Geschenkten angenehmer machen. Wenn Ihr Freund auf Reisen ins Ausland geht, braucht er einen zuverlässigen Steckeradapter. Der Universal-Reiseadapter von Epizcar enthält die dreigängigsten internationalen Stecker und einen US-Stecker, die zusammen die meisten Länder der Welt abdecken. Er hat die meisten USB-Anschlüsse, vier USB-A und einen USB-C, von allen Universal-Adaptern, die unser Reiseteam getestet hat, und er lädt mehr Geräte schneller auf. Eine auswechselbare Sicherung und eine mitgelieferte Ersatzsicherung sollten für alle erschreckend schlechten Verbindungen sorgen. Trotzdem deckt er nicht alle möglichen Stecker rund um den Globus ab. Für jemanden, der wirklich von Land zu Land reist, ist ein Multi-Stecker-Set, wie das fünfteilige Set, Sceptics International Worldwide Travel Plug Adapter, geeignet. Ah, der ideale persönliche Gegenstand, die Tasche, die klein genug ist, um sie unter dem Vordersitz zu verstauen. Aber groß genug für Kopfhörer, Flüssigkeitszufuhr, Wechselkleidung, Lesestoff, einen Laptop, Mittagessen und alle anderen Gegenstände, die man für unverzichtbar hält. Es scheint fast unmöglich, ist aber machbar. Unsere Wahl für persönliche Gegenstände ist, The Everywhere Bag, von Away aus Wasser und abriebfestem Nylon. Sie haben einen abnehmbaren Schultergurt und eine Hülle, die Sie über die Griffe eines Handgepäckkoffers stülpen können. Im Inneren des Empfängers Ihres Geschenks finden Sie eine geräumige Innentasche für Kleidung und Toilettenartikel sowie sechs kleinere Taschen und eine Hülle für einen 15-Zoll-Laptop. Außen befindet sich eine einzige schmale Tasche für Tickets und Reisedokumente und am Boden der Tasche befindet sich eine wasserdichte Regenschirmtasche. Wirklich versierte Packer können in dieser Tasche problemlos Sachen für ein ganzes Wochenende packen. Man muss kein Maler sein, um auf Reisen Freude am Handwerk zu haben. Statten Sie einen aufstrebenden Künstler mit ein paar hervorragenden Werkzeugen aus. Das kompakte Travelog Watercolor Journal von Handbook Paper Co. ist für Wasserfarben gedacht, eignet sich aber genauso gut für Bleistift, Tinte oder Gouache. Es ist in natürliches Leinen eingebunden, hat abgerundete Ecken und ein Gummiband zum Verschließen. Kombinieren Sie es mit einem Satz Gouache-Farben, wie denen aus dem Karandash Gouache-Studio-Set, die eine zufriedenstellende Deckkraft haben und weder die Geduld, Weitsicht noch das Geschick von Wasserfarben erfordern. Natürlich bevorzugen manche Menschen den abstrakten Fluss der Wasserfarben, in diesem Fall ist das tragbare Aquarell-Set Cortex Gansai die bessere Wahl. Beide Paletten werden mit brauchbaren Pinseln geliefert, ein erfahrenerer Maler kann mit zunehmender Fertigkeit ein paar zusätzliche hinzufügen. Für Abenteurer, die campen, in Hostels übernachten oder auf andere Weise auf Reisen gehen, ist ein persönliches Handtuch unverzichtbar. Unsere Wahl ist das Pack-Towl-Personal, vor allem wegen seiner geruchsverhindernden antibakteriellen Behandlung, ideal, wenn es nur wenige Waschgelegenheiten gibt. Mit 25 x 54 Zoll ist es groß genug, um die meisten Leute darin einzuwickeln, und es fühlt sich weich und fest auf der Haut an. Es trocknet schnell, lässt sich leicht vom Sand befreien und wiegt nur 180 Gramm, ein Hauptanliegen für jeden, der es in einem Rucksack mit sich trägt. Vorbei sind die Zeiten, in denen man zerlesene Reiseführer mit sich herumschleppte, um Hotels und Öffnungszeiten von Museen zu finden. Aber es gibt immer noch Dinge, die man online nicht findet. Die wunderschön gestalteten und liebevoll geschriebenen Guides von Herb Lester bieten Reisenden und Stubenhockern gleichermaßen völlig einzigartige Möglichkeiten, neue Orte zu erkunden. In Serge Gainsbourg Paris ist der Eintritt in den Louvre zwar nicht inbegriffen, aber die wunderschöne, 16 x 27 Zoll große Faltkarte, Die Serie, die in einer bedruckten Kartonhülle und mit einer Gainsbourg-Cocktail-Serviette verpackt ist, führt sie zum Studio Färber, wo der vielseitige Musiker, Schauspieler und Regisseur 1986 den Soundtrack zum Kino-Hits-Tenu de Soare aufgenommen, oder zum Hotel Meurys, wo Gainsbourg von Salvador Dalí besucht wurde. Die Serie enthält außerdem London von John Lee Carey, The World of Patricia Highsmith, das Schauplätze in den USA, Mexiko und Europa berührt, New York von Andy Warhol und Dutzende mehr. Jeder Reisende hat sicherlich schon einmal sein Handgepäck unsicher auf seinen Rollkoffer gelegt, nur um es dann umkippen, schwenken, oder hin und her rutschen zu lassen. Beseitigen Sie dieses Ärgernis mit dem Sincha Travel Belt, einem nützlichen Produkt, das in einigen schicken Farben und Mustern erhältlich ist. Das Konzept ist einfach. Dieser verstellbare Nylongurt schnallt eine kleinere Tasche an die Teleskopgriffe eines Koffers und gibt so eine Hand, Schulter oder einen Rücken frei. Ja, ihr reisender Freund könnte zu diesem Zweck ein Gummiseil oder sogar ein Seil verwenden. Aber dieser Artikel hat ein paar Details, die ihn das Upgrade wert machen. Die robuste Metallschnalle lässt sich wie Butter öffnen und eine versteckte elastische Schlaufe hält den Gurt am Koffer befestigt, auch wenn er geöffnet ist. Ja, dies ist ein praktisches Geschenk, aber für den richtigen Reisenden wird es ein echtes Juwel sein. Im vergangenen Sommer wurden weltweit Hitzerekorde gebrochen, und viele Reisende berichteten, dass es ihnen schwer fiel, unterwegs einen kühlen Kopf zu bewahren. Die Hitzewelle in New York City veranlasste den Redakteur Tom Dunn, die Welt der tragbaren Nackenventilatoren zu erkunden, darunter auch den tragbaren Nackenventilator Penku. Seine Wahl fiel auf das Modell Penku mit einem Ring aus 72 Luftschlitzen, die die Luft sanft nach oben zum Kopf blasen, aber nicht direkt ins Gesicht. Es wiegt nur etwa 250 Gramm, und aufgrund seines glatten Kunststoffdesigns ist es an Nacken und Schultern kaum zu spüren. Ein großer Knopf vorne rechts erleichtert das Durchlaufen der Ventilatorgeschwindigkeiten. Der Akku hält bis zu 16 Stunden, und der Ventilator ist kompakt genug, um ins Handgepäck zu passen. Beim Reisen berührt man viele Oberflächen. Flugzeuge, U-Bahnen, Taxis. Wenn uns die Pandemie etwas gelehrt hat, dann, dass wir unsere Hände so oft wie möglich waschen sollten. Das herrlich duftende Noshinku-Handdesinfektionsmittel ist ein FDA-konformer Keimkiller, der auch Stoffe wie Jojoba, Hagebutte, Arganöl und Aloe enthält, um die Haut vor dem Austrocknen zu bewahren. Jeder Behälter ist etwa so groß wie eine Kreditkarte, wenn auch nicht ganz so dünn. So kann er in eine Gesäßtasche oder eine Handtasche gesteckt werden. Das Beste daran ist, dass der Behälter nachfüllbar ist, sodass Ihr Empfänger ihn lange Zeit weiter verwenden kann. Egal, ob Ihr Lieblingsreisender im Flugzeug, Zug oder Bett liest, oder einfach nur seinen Koffer durchwühlt, er wird etwas zusätzliches Licht sicherlich zu schätzen wissen. Die winzige Leselampe im Lesezeichenstil von Glocosong ist unsere Wahl, weil sie so leicht und einfach zu tragen ist. Sie lässt sich drehen und einstellen, sodass das Licht eine ganze Seite bedeckt, und sie verfügt über einfache Knöpfe zum Ändern der Helligkeit und Temperatur der Beleuchtung. Das Art-Deko-Wochenende in Miami ist im Januar. Denken Sie an die Überschwemmungen des Okavango in Botswana, die beste Zeit für Safaris mit Einbaumkanus, im Juni. Dieses Buch kategorisiert potenzielle Reisen außerdem nach Budget, Familienfreundlichkeit und teuer, aber lohnenswert. Selbst wenn der Empfänger eher ein Sesselreisender als ein häufiger Weltenbummler ist, wird dieses Buch sein Fernweh mit Sicherheit in vollen Zügen wecken. Ob er von der Fluggesellschaft falsch geleitet oder im Warteraum eines Bahnhofs liegen gelassen wurde, ein verlorener Koffer kann eine Reise wirklich trüben. Der Apple AirTag, unser beliebtester Bluetooth-Tracker, funktioniert nicht mit Produkten anderer Hersteller. Aber wenn Ihr geliebter Reisender ein iPhone besitzt, sind AirTags in fast jeder Hinsicht besser als Ihre Konkurrenten von der einfachen Einrichtung bis zur Ortungsgenauigkeit. Sie verfolgen Besitztümer fast in Echtzeit. Und wenn eine Fluggesellschaft den Koffer Ihres Lieblingsreisenden verliert, haben Sie eine genaue Karte, auf die Sie bei der Suche nach ihm verweisen können. Mitarbeiter von Wirecutter hatten auch Erfolg damit, AirTags in die Taschen ihrer unruhigen Kinder zu stecken. Niemand sieht nach einem Flug so frisch aus wie eine Blume oder fühlt sich auch so frisch. Aber die kühlenden Augenpflaster, Peace Out Puffy Eyes, ein langjähriger Favorit der leitenden Redakteurin Hannah Morrill, können beides lösen. Jede Schachtel enthält sechs Paare halbmundförmiger Pflaster aus einem gelatineartigen, aber nicht ekligen, Biozellulosegel. Der kühlende Effekt ist sicherlich angenehm genug. Um aus nicht trinkbarem Wasser frisches, sauberes Trinkwasser zu machen, schwört Redakteurin Samantha Schöch auf die Wasserflasche der Live-Straf-Go-Serie. Sie hat ihren Sohn kürzlich mit einer solchen Flasche nach Mittelamerika geschickt. Ihr austauschbarer Filter entfernt 99,9 Prozent der Schadstoffe und schützt vor häufigen durch Wasser übertragenen Krankheitserregern. Diese Flasche ist zwar etwas teuer, macht aber Einweg-Plastikflaschen überflüssig. Und jeder Filter reinigt 1000 Gallonen, was bei täglicher Verwendung etwa 5 Jahren entspricht. Live-Straf stellt auch eine faltbare 1 Liter Flasche für den Fall her, dass der Platz knapp ist. Um mehr zu erfahren, lesen Sie unseren Artikel über den Live-Straf-Max-Wasserfilter. Man kann sich im Flugzeug nur eine begrenzte Anzahl an Filmen ansehen. Auf Langstreckenflügen sind diese Nanoblock-Minibaukästen genau das Richtige für ruhelose Hände und Köpfe. Sie sind spannend, aber nicht geistig anstrengend, und die Baukästen, mit etwa 100 bis 200 Teilen, sind klein genug, um sie auf einem Tablett-Tisch auszulegen und später im Gepäck nach Hause zu tragen. Die fertigen Teile von Musikinstrumenten über Katzen bis hin zu Pizzas sind nur etwa 7,5 Zentimeter groß. Irgendwann wird Ihr Freund unterwegs ständig etwas zusätzlichen Saft benötigen, und ein tragbares Ladegerät stellt sicher, dass er ihn hat, wenn er ihn am meisten braucht. Wir mögen die schlanke und dekorative Travel Card Plus, die gleichzeitig auch das kleinste und leichteste tragbare USB-Ladegerät ist, das wir getestet haben. Aber es gibt noch mehr zu lieben als nur seine taschentaugliche Größe. Der USB-C-PD-Anschluss der Travel Card Plus, das eingebaute USB-C-Kabel und das eingebaute Lightning-Kabel können die meisten Smartphones oder andere Handheld-Geräte schnell aufladen. Und das waren sie, die besten Geschenke für alle, die die Welt erkunden. Egal, ob Du ein erfahrener Backpacker oder ein entspannter Strandurlauber bist, mit diesen Geschenken bist Du bestens für Deine nächste Reise gerüstet. Lass uns wissen, welches Geschenk Dir am besten gefällt. Abonnieren Sie unseren Kanal für weitere Reisetipps und Inspiration.